Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie du eigentlich die Fahrradbremsen hier hinten bei deinem Fahrrad wieder richtig einstellen bzw. nachziehen kannst, wenn diese zum Beispiel schon relativ locker sind oder vielleicht sogar schleifen. Wenn du Bock darauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Schauen wir uns zuerst einmal die Funktionen und das Problem an. Hier an meinem Bremshebel kann ich natürlich bremsen, doch das Ganze kann ich schon relativ weit hinter drücken, bis sich überhaupt mal etwas tut. Und sobald ich jetzt hier oben drüber mal den Bremsgriff betätige, kannst du sehen, dass der sogenannte Bremszug hier diese zwei Bremszangen zusammendrückt und dadurch wird dann auch dieser Bremsschuh hier gegen die Radfelge gepresst und dadurch bleibt das Rad einfach stehen. Um das Ganze hier jetzt richtig einstellen zu können, solltest du erst einmal schauen, ob hier irgendwo Beschädigungen vorhanden sind. Heißt ja mal alles überprüfen, denn wenn hier irgendetwas beschädigt ist, also zum Beispiel der Bremszug hier unten zu stark ausgefranst ist, dann macht es keinen Sinn, das Ganze einzustellen und du solltest das Ganze erst einmal wechseln. Ein leichtes Nachziehen von dieser Bremskraft hier ist übrigens auch unter einer Fahrradtour mit dieser kleinen Stellschraube hier möglich. Hierfür einfach mal die Stellschraube gegen den Uhrzeigersinn etwas rausdrehen. Dadurch wird die Bremskraft einfach größer und dann das Ganze mit dieser Mutter, mit dieser Kontermutter hier, wieder nach hinten kontern. Dadurch wird die Bremskraft schon etwas stärker. Wenn das Ganze bei dir jetzt nicht wirklich viel gebracht hat, dann müssen wir Einstellungen an den Bremszangen hier unten drunter einmal machen. Hierfür jedoch zuerst einmal wieder die Kontermutter lösen und dann schauen, dass diese Feststellschraube ganz an deinem Bremskriff geworden ist. Wenn das geschehen ist, schauen wir uns mal die Einstellung bei der Bremszange hier unten an. Jetzt müssen wir erst einmal die Position von diesem Bremschuh hier kontrollieren. Hierbei ist zu beachten, dass dieser wirklich mit der größtmöglichen Fläche hier vorne auf die Felge auch drücken kann. Dass das Ganze natürlich schön gebremst werden kann. Und der Bremschuh sollte sich wirklich relativ mittig hier befinden. Heißt nicht zu nah bei den Speichen unten und nicht zu weit oben beim Reifen. Wenn er zu weit oben beim Reifen ist, dann kann es unter der Fahrt sein, dass dieser relativ schnell aufplatzt. Und das möchten wir natürlich nicht. Wenn der Bremschuh bei dir jetzt nicht an der richtigen Position ist, einmal einen 5er Inbus nehmen, hier hinten ansetzen, gegen den Uhrzeigersinn das Ganze drehen. Und dann kannst du diesen Bremschuh hier vorne auch schon beliebig einstellen. Schauen, dass er wie gesagt relativ mittig sitzt. Und dann das Ganze im Uhrzeigersinn wieder fest drehen. Und somit haben wir auch schon die Position von dem Bremsschuh richtig eingestellt. Wenn der Bremsschuh jetzt hier vorne übrigens auch noch relativ stark abgenutzt ist, weil dieser einfach schon älter ist, dann solltest du diesen unbedingt austauschen. Doch hierfür mache ich auch nochmal ein extra Video. Jetzt geht es aber einmal an das Nachziehen von der Bremse hier. Hierfür, hier hinten am Bremszug am besten einmal mit einer Hand richtig festhalten. Hier vorne mit dem 5er Inbus wieder reingehen. Gegen den Uhrzeigersinn das Ganze etwas lockern. Und dann können wir diese Bremszangen hier nämlich schon etwas bewegen. Und diese bewegen wir jetzt einfach so weit nach innen, bis hier der Bremsschuh, also zwischen Bremsschuh und der Felge, ein Abstand von etwa 3 mm herrscht. Wenn dieser Abstand hier herrscht, dann wieder den Inbus nehmen und hier das Ganze im Uhrzeigersinn fest drehen. Und somit haben wir einmal schon den richtigen Abstand eingestellt. Wenn bei dir jetzt die Bremsschuhe bzw. die Bremszangen hier nicht wirklich parallel aneinander drücken, du kannst es bei mir relativ gut sehen. Zuerst wird diese Seite zusammengedrückt und dann kommt am Ende erst diese hier noch mit. Dann gibt es hier unten auch noch eine kleine Feststellschraube. Mit dieser kannst du einfach die Federvorspannung, die Rückholfeder noch einmal einstellen. Und dann bekommen wir das Ganze auch noch parallel hin. Für die meisten Fahrräder jetzt einfach einen Kreuzschraubendreher nehmen, diesen hier unten ansetzen. Jetzt einfach mal etwas reindrehen bzw. immer etwas rausdrehen. Dann wieder die Bremse hier oben einmal betätigen. Und das macht man jetzt so lange, bis diese zwei Zangen hier wieder genau parallel aneinander drücken. Ich denke, du kannst sehen, das Ganze funktioniert wieder parallel, weswegen ich mit dieser Einstellung auch schon wieder fertig bin. Damit sind wir auch schon am Ende und du kannst sehen, die Bremse ist wieder richtig nachgezogen, genau wie es sein sollte. Wenn du dir jetzt übrigens noch hier neue Bremsschuhe, einen Inbusschlüsselsatz oder vielleicht sogar ein neues Fahrrad zulegen möchtest, weil deines einfach schon relativ alt und kaputt ist, dann kann ich dir hierfür wirklich nur Amazon empfehlen. Hier hast du eine sehr hohe Qualität von Markenherstellen zu einem relativ günstigen Preis. Und das Beste hierbei, das Ganze wird direkt zu dir nach Hause geliefert und du musst nicht extra ein Fachgeschäft hierfür fahren. Wenn du dir also eins von diesen Untersilien einmal zulegen möchtest, einfach hier unten drunter in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu Amazon. Wenn dir dieses Video gefallen und somit auch weitergeholfen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Außerdem kannst du noch hier oben meinen Kanal abonnieren und somit kein neues Video mehr zu verpassen und hier unten in der Videobeschreibung auf den Link klicken, damit du meinen kostenlosen Energiesparrechner downloaden kannst, um zu Hause jährlich bis zu 500 Euro einzusparen.